Ja, easy game, easy life, ja. Ja, ne, der hat den Schatten 4-mana 7-7. Ey, das ist so pervers, das ist doch wirklich pervers. Ja, Tunnel Truck soll er killen, ist ja okay. Aber Totem Golem geht nicht. Sag mal einer, das Feral Rage, besser als der 4-mana motherfucking 7-7er. Der wreckt die Leute durch. Ja, das ist natürlich geil. Das ist auch geil. Ja, das ist... Linch mich jetzt zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage GG. Ne, oder? Na, swipe jetzt den. Wieder derselbe Dreck. Ah. Ja, okay, ich will jetzt nicht asozial sein. Ich habe sogar einen Follow-Up-Play für die nächste Runde. Ja, der ist wirklich pervers gezogen, sorry. Ist einfach so. Ich meine, ich habe sogar jetzt noch einen Follow-Up-Play. Der kann nicht swipen und malchen gleichzeitig, der hat verloren. Ist wirklich... Ja, das ist halt... Obastieren. Dort noch. Feral Rage. Hm, wir fangen mal ein Swipe. Ähm... Ja, ich denke mal, ich baller dann hier so. Ja, ich kann sogar auf den Kopf gehen. Elemente, zeig mir die Leg. Elemente, zeig mir die Leg. Ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich werde gewinnen. Der wreckt mich jetzt irgendwie noch. Bei 5 Karten? Jetzt nochmal einen Anregen. Der hat ja schon mal Anregen gehabt, glaube ich. Ja, klar. Nochmal ein... Ah, oder? Hat der das Anregen? Achso, ja, okay. Kann ich mit leben. Oh, okay. 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 Wenn man in der Situation ist, einen Flamewaker zu malchen, hat man schon verloren. Das sagt ja schon alles. Malchen, Flamewaker. Das ist klar. Wir müssen jetzt traden. Außer er hat jetzt einen Dings gezogen. Ja, okay. Drei damage. Ich fühle mich jetzt wirklich schlecht. Also jetzt ohne Witz. Ja, Fire Elemental wäre auch lieb. Ich hätte ja sieben mal noch.